Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Auswelt, unserem Grandier Projektor. Hier geht es weiter. Das sieht gut aus. Mobi drauf, senken wir ab und los gehts. So, das sieht gut aus. So, jetzt sieht man den Boden, etwas fünsteres hier. Im frühen Morgen werden wir den Mais wieder häckseln. Mal gucken, was von der Kolle hier übrig bleibt. Was können wir sonst bei der Raube holen. Das war ja auch uns nicht schlecht. So. 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 fast alle ich hab nur 5% nicht mal mit 20% drinne und man weiß man kann mit dem Pungo Pi wie hat jemand immer gesagt aber es gab es ja auch einen so wo Pi wo ist mit Pungo Pi so da haben wir einen Nachfeller da hinten schon stehen parat mal gucken ob das so passt passt nicht ganz so jetzt machen wir das Ding hier rum wir machen die Trigger so halt so so jetzt gehts weiter nächste Bahn und Halbbahn wären wir vorne weil es ist ein bisschen schwieriger zu lenken aber gleich wirds da gut alles sein wenn wir einen Klug einfach machen und dann sind am besten ein krankenteil da war es leer na wo war es denn hier so so jetzt tappen wir da und starten also schon so jetzt Gucken mal, die Tinten. Das ist okay, wie ich mir das gerade vorstelle, sieht schlecht aus. Kannst du mal zusammen klappen? Ja! Jetzt haben wir keine. Die Formen von der Seite an. Kann ich besser händeln und dann nur Spaß. So, die Tür wollen nicht. Du musst nicht überladen. So, ich bin eingefahren. Der muss erst mal hier hin. Und weiter geht's. Absenden wäre auch nicht ganz verkehrt. So, wars. Jede Schwierigkeiten aber. Nobody is perfect. Sehr gut von mir. Das ist noch drei Runden vorgelegt, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Nimmt in der Ecke nix an richtig. Oh, ne, hat keinen Dünger angenommen. Da hat's mit den Düngern nicht ganz gepasst. Okay. Haben wir nix gesagt. Das sauber ist minimal. So, weiter geht's. Jetzt kommt mal ein Stück. Jetzt kommt mal ein Stück. Und dann. Kann ich das überall machen. So, um hier. Ich brauche jetzt dich schon mal mit an, wie es aufs Vorplatz geht. Eine Runde ist sicher, ich habe noch einen Platz zum Wenden, oben und unten, ob es da hier gibt Büsche oder so ein bisschen näher, aber was wird es denn? Nichts zu machen. Ich brauche jetzt einen Platz zum Wenden. 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 Sooo, jetzt kann ich die Auf und Abfahrt gehen, was ich sagen will. Es ist ja nicht mehr, aber da muss ich es schaffen. Gefällt mir alles, was? Danke, Kudos. Danke, Kudos. Und jetzt hier wieder runter. Ich öffne sowas selbstverständlich einfacher. Ich brauche noch ein bisschen Heu und sowas. Mit Stroh brauche ich noch einiges. Mit Stroh brauche ich noch einiges. Mit Stroh brauche ich noch einiges. Das Strohlager ist voll zum Auffüllen. Einlager für Stroh noch nicht. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier. Da haben wir Steamer aufgegangen. Bild weg. Oh nie. Ich habe die ersten Aufnahmen nicht gesehen. Bis bei mir auch gerade Bild weg. Da ich ja keine Fensteraufnahmen, sondern Spielaufnahmen habe. So. Ich habe keine Bildschirme aufgenommen. Das habe ich noch mal so rum. Ich habe doch schon lange solche Obszönitäten ausgeblendet. Wenn der das bin, das muss Faxen machen. Ich hoffe das passt von der Breite her. Hier hinten sieht es gut aus, weil wir in der Mitte gefahren sind. Jetzt sieht es sehr gut aus vom Hasen. Das Ding jetzt so extrem direkt klingt, es ist gar nicht so einfach hier das Spiel zu finden. Das Mist muss haben wir da. Jetzt sehen wir da schon den Dingbereich gut. Und bis die kleine Stelle, wo sie etwas enger war, wurde noch links und rechts im Überhang. Und da kam ein Vogel geflogen. So, stopp. Das ist okay, ich schwache wahrscheinlich erstmal. Ja, das dachte ich wieder. Das sieht alles gut aus. So bien. Da muss ich mal ausheben. Jetzt ist ja noch die Locken, wir müssen gleich nochmal nachfüllen. Was ist jetzt hier mitten da oben auf dem Feld passiert. So. Ich locken schon mal auf. Da muss ich noch mal auf dem Feld passiert. so So, das ist die kleine Aufruf. Ne, ich muss die Dämonen öffnen. Achso, ich muss solche Foxen. Zu, die kleine. Das ist mein Nachschutz, das ist halt gut. Ich sparte, ich sage, ich habe ein bisschen rum, rum, rum. So. Und das ist auch kalt. Das kommt doch gut an. Ich bin fast noch nicht mehr da, das ist. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich weiß nicht, ob das passt. Das ist noch dran. Und jetzt ist der Kekord. Ich denke das so nicht, wie ich mir das vorstelle. Ach Menno, seid ihr mal nicht so zu mir auch hier oben geknackt, das wäre optimal. Ne, das geht nicht, müssen wir den Triggerpunkt finden, aber das kriegen wir hin. Ah ja, da gibt es zwei, die alles dasselbe Niveau stehen, jetzt gucken. Wie? Ein Stück weit raus vielleicht. Ich bin hier aber nicht leicht. Ah, bin ja bescheuert. Im falschen Ding einladen klappt es natürlich nicht. Wunderwarnsuit, nicht hinten. Ach Mann, keine Information. Aber lesen kann ich zwar einen Vorteil haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumen hinter, denn ich bin raus. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau.